Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Minecraft Klassik. Ja, in der letzten Folge haben wir zwangsläufig jede Menge Holz gefarmt und jetzt geht's wieder aufs Dach hoch, damit wir das Dach endlich abschließen können. Und dann können wir uns endlich wichtigeren Sachen kümmern, äh, widmen. So, hier erstmal die Tür auf und dann geht's hier erstmal in die Workbench rüber. So, dann verarbeiten wir erstmal so viel Holz wie möglich zu Brettern, damit wir noch ein paar Slabs und Treppen machen können. Ein paar Blöcke werden wir natürlich auch benötigen. Aber ich möchte jetzt nicht alle Stacks komplett direkt verarbeiten. Das wäre ein bisschen verschwenderisch. So, dann erstmal die Slabs. Das könnte eventuell reichen. Und dann machen wir noch ein paar Stiefchen, bzw. ein paar Treppen. Und dann ist das Dach so gut wie fertig. So, für das Erste reicht das mal. Gut, wir haben von allem was auf Tasche. Dann überprüfen wir, ob wir hier rundherum erstmal fertig sind. Ich denke, soweit ja. Gut. Dann widmen wir uns mal dem hier. Gehen wir erstmal mit einem Slab hoch. Ja, und das Holzbrett ist jetzt ein bisschen schade, aber hey. Ich kann nicht jedem einzelnen Holzbrett hinterher hüpfen. Da kommen wir ja irgendwann auch zu nichts. So, die große Frage ist, wie breit machen wir das hier jetzt? Hm. Nein. Das war schlecht. Na komm schon. Hab dich nicht so. Dann werden wir vielleicht nochmal in den Nässe gehen müssen. Aber nicht innerhalb der nächsten 10 Folgen. Oder innerhalb der nächsten 20 Folgen. Und uns noch ein bisschen mehr Gloucetown organisieren. Ja gut. Ich wollte ja eh nur das Holz holen. Ne, das wird so nichts. Machen wir es halt eben so rum. Ist dann doch um einiges einfacher. Ich hätte auch einfach einen Flachdach drüber ziehen können. Dann wären wir schon so gut wie durch. Aber man kann es sich auch immer zu einfach machen. Und das müssen wir ja auch nicht. Und ich sehe gerade auf Treppen hätte ich die eigentlich verzichten können. Naja, egal. Die Treppen werden wir immer gebrauchen können. Von daher kein Problem. Okay. Oder wir setzen die hier irgendwie ein. Hm. So, jetzt mal ein bisschen zügiger. Damit wir hier ruckig und zuck fertig sind. So. Dann würde ich mal sagen, machen wir es mal so rum. Dann wird es auch nicht zu steil. Mhm. Stack 1 von den Slaps ist weg. Vielleicht ich da einfach komplett rüber mit Slaps. Das könnte dann eventuell auch passen. Wir werden sehen. Ob ich da eventuell noch was drauf mache oder dazu. Aber ich glaube höher müssen wir nicht gehen. Und erledigt. Wunderbar. Endlich mal wieder ein Stück abgeschlossen. Dann können wir hier mal an den Seiten überall ein bisschen Fackeln hängen. Nicht, dass da unnötigerweise was spawnt. Das braucht ja keiner. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keine Mitte. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch keine Mitte. Egal. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auch keine Mitte. Egal. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Naja. Wurst. Man kann ja auch nicht alles haben. So, Moment mal kurz. Ach, auf dem Dach. Das sieht ja eh keiner mehr. Hauptsache es spawnt nix droben. Das wäre mir ja auch irgendwie recht. Ich merke gerade, mir gehen gerade irgendwie die Fackeln aus. Und ich habe keine Kohle dabei. Naja gut, holen wir uns noch ein paar Fackeln. Dann können wir diese Baustelle schon mal abschließen. Dann müssen wir uns noch überlegen, wie wir das hier alles abstützen werden. Wurst wahrscheinlich mit Zäunen. Da sollte ich auch direkt mal Erde mitnehmen. Ich hoffe, ich habe noch Erde übrig. Nicht, dass wir da irgendwelche Probleme bekommen. Gleich können Sie auch erst mal vorerst ein paar Steinen hinstellen. Nicht dann wegklopp. Juhu, wir haben keine Erde. Und ja, wir müssen dringend auf Kohle Safari. Ähm, so. Das passt schon. Ich brauche keine zwei Stacks fackeln. Dann verarbeiten wir Dich hier zu zäunen. 32 und 32. Gucken, wie viele Zäune dabei rauskommen. Allzu viele können es ja nicht sein. Naja, wir sparen noch ein paar Sticks. Ist ja auch nicht verkehrt. Und dann geht es wieder rauf. 45 Zäune könnte ein bisschen knapp werden. Aber muss ja nicht. Hm, hier müssten wir dringend mal ausleuchten. Wir brauchen dringend mehr Glowstone. Weil bevor ich nicht mindestens zwei oder drei Stacks Glowstone habe, fange ich damit nicht an, irgendwie die Decke hier auszuleuchten. Das haut da nämlich nicht hin. So, kommst du noch hier hin. Einfach mal Pi mal Daumen. Das wird schon passen. Und wie gesagt, das sieht ja am Ende eh keiner. Gut. Und auf Slaps kann ich ja eh nichts draufstellen. So, dann hier erstmal eine Treppe. Dann einen Block. Und du kannst hier weg. So, nochmal ein Block. Eine Treppe. Und zwei Slaps. Und wir sind durch. Sehr schön. So, müssen wir mal überlegen, wie wir das abstützen können. Ich glaube, Zäune kann man noch nicht auf Zäune draufstellen. Nein. Hm. Naja gut, ich möchte eh meine Axt hier aufbrauchen. Von daher. Können wir da durchaus mit Zäunen arbeiten. Ich meine mit Holzblöcken. Du kommst hier erstmal weg. Ähm. Ich glaube, das muss sich von außen erledigen. Hm. Vielleicht wollte ich es doch nicht abstützen. Und wie es aussieht, müsste ich da noch überall eins raus. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ist ja fürchterlich. So und so. Eins nach dem anderen. Das wird schon. Gut. Dasselbe wiederholen wir dann hier. Eins. Zwei. Und ich glaube, den Block werde ich dann von innen austauschen müssen. Genau. Oh, und hier komme ich gar nicht erst drauf. Dann tun wir dich mal entfernen. Na super. Na super. Wie oft verbaue ich mich denn da noch, wenn ich bitten darf? Und du nur noch. Kommst du zu mir? Nein. Kommst du nicht. Ich überlege wirklich, ob ich das Dach hier stellenweise verlängern sollte. Was meint denn ihr? Wäre das nötig? Wäre das besser aussehen, wenn man das um eins länger macht? Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Aber was ich auf jeden Fall weiß ist, wir sollten uns mal kurz schlafen legen. So, dann mal. Gute Nacht. Gute Morgen. So, wieder frisch ans Werk. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das hier unsichtbar mache. So, ihr könnt da definitiv weg. Ist kein Problem. Wobei, hier könnte ich ja vielleicht eine Mauer hochziehen. Fällt mir gerade auf. Das sollte ja niemanden stören. Von hier vorne bis hier hin. Hm. Ich weiß ja nicht so recht. So ein kleiner Windschutz. Hat ja auch noch niemanden geschadet. So, dann kommst du hier erstmal weg. Dann können wir natürlich hier noch seitlich Fackeln hinhängen. Für die zusätzliche Atmosphäre. Und dann machen wir dich hier zu. Vielleicht kommt dann irgendwann mal so ein Zaungatter hin, damit man auf das Dach kann. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, zwischendurch werde ich auch nochmal was hinhängen müssen. Was mir nicht gefällt, ist, dass die da oben sind und die hier unten. Gut, hier könnten wir vielleicht noch ein bisschen was hinhängen. Und damit das Dach halt nicht ganz so niedrig hängt. Ja, beziehungsweise damit es ein bisschen besser gestutzt wird. Nicht, dass der Statiker hier noch amok läuft. Das will ja auch keiner. Hier kann ich leider nichts hinhängen. Schade. Hier passt die Entfernung soweit. Und hier mittig vorm Fenster noch. 1, 2, 3, 4 und 5. Gut, das passt jetzt soweit auch. Oder wir können es hier offen lassen. Ich weiß ja nicht, auf der anderen Seite ist es ja auch offen. Da ist das Dach halt nicht so lang. Hä? Probleme über Probleme. Ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass ich das an den Seiten ein bisschen länger machen müsste. Aber ich warte mal mit Absicht auf eure Meinung. Ja, bitte ich euch nicht immer hintergehe oder so. Indem ich mein eigenes Ding zu 100% durchziehe. Oh, da könnten wir mittig eventuell ein bisschen Glowstone hinhängen oder hier in die Ecken. Das sollte ja auch passen. Und wieso ist die Musik schon wieder so aggressiv? Ich habe hier doch gar nichts getan. Moment mal kurz. Da hängen wir mal so eine Säule hin. 1, so kommst du hier hin. Sieht zwar ein bisschen merkwürdig aus. Aber hey, merkwürdig ist mein dritter Vorname. So, dann können wir eigentlich unsere Baumaterialien soweit ablegen. Denn jetzt muss ich mir langsam überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Klar, hier irgendwelche Zwischenräume reinziehen. Aber mal gucken. Das werden wir dann noch froh genug erkennen. Beziehungsweise froh genug sehen. Ein paar Bilder könnten wir überall aufhängen. Das würde die Gegend ein bisschen freundlicher gestalten. In der Tat. So, erst mal die Baumaterialien weg. Habe ich echt so viele Treppen gemacht? Das tut mir aber leid. Ich wollte es ja auch nicht maßlos übertreiben. So. Der Steck Holz kann weg. Zu viel Holz brauche ich auch nicht mitschleppen. Das führt ja bekanntlich zu nichts. So. Dann kannst du hier noch weg. Die Kohle können wir am Mann behalten. Wir können uns neue Werkzeuge machen. Das Schaufeln habe ich noch. Axt habe ich. Naja, nicht passt das ja soweit. Dann würde ich sagen, meine Freunde, warst du das von dieser Folge? Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Keine Kakteen? What? Ist meine Kakteen-Farm kaputt oder so? Das gucken wir uns mal kurz an. Die Kakteen sind noch da. Ich glaube, die sind einfach nur nicht in Stimmung zu wachsen. Na, meine Freunde, wie dem auch sei, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.